stabil magst du du arena dann ja da ist einer bot 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 aber danke für den biggie ja das ging schon damals nicht da ich nehme die hier mit das ist schon viel besser wer von euch freunde wer von euch ist auch immer dass man klettern kann jetzt sind wir mal ehrlich ich vergesse es jedes mal wow alter latz habe ich vorhin wieder metz abgebaut das ganze ohne bauen ist vergesse es immer mal schauen freunde ob ich heute den win holen btf die ist niemals in den buchstein oh nein oh das ist ein bot hast du was gutes für mich schluss auf brauche ich nicht nein 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 juhu 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 So, jetzt haben wir noch zwei andere, das werden immer ein gutes sein, ein bots sein Dann holen wir vielleicht den Wind Ich hol mir den Hikebarer, versuchen mir zu holen Oh ja genau Ah huhu, tute 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 Nein Fickst mich nicht Ist er im Highground oder ist er nicht in den Highground gegangen? Nein! Ist es der? Ne oder? Doch! Das ist ein Bot! Das ist ein Bot! Ich hole dich! Ne ist doch kein Bot! Nein! Pika! 19 HP hatte der noch! Der hat nicht mal geschossen. Ich habe gedacht das wäre ein Bot. Also so ein Bot wo man anquatschen kann. Pika was ist das? Nein! 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 Nein!